Der Allgemeine Hundesportverein Lauchhammer hat am 3. Juni sein 85-jähriges Bestehen gefeiert. Zu den Gratulanten zählte auch Bürgermeister Mirko Buhr. Zudem überreichte er einen Scheck in Höhe von 150 Euro an den Vereinsvorsitzenden Klaus Weinhardt. Im Rahmen der Festveranstaltung gab es unter anderem auch mehrere Vorführungen. Gegründet wurde der Verein 1938 als Fachschaft für deutsche Schäferhunde. 1950 erfolgte der Eintritt in den Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter als Zuchtgemeinschaft Hunde. Die Umbenennung in Allgemeiner Hundesportverein Lauchhammer e.V. erfolgte Anfang der 90er Jahre. Zu Hause ist der Verein heute auf dem ehemaligen Sportplatz in Lauchhammer West. Der Verein hat aktuell 30 Mitglieder.